Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Das sollten Sie probieren Was? Was ist das? Gut, und jetzt müssen Sie bitte die Bohnen ins Sieb abholen Natürlich Zurück in den Kupferdorf Die beiden Hände Rausheben, keine Angst, einfach raus damit Genau, es ist drin, erledigt Ja, sehr gut Weiter so, das ist sehr gut Ja Ich habe mit den Bohnen geredet So gut Sehr gut So was habe ich noch nie gegessen Oh ja, das ist gut Ja Sekunde Dankeschön Das an, das Sie gemacht haben, ist es gut angekommen Wow Er hat gelächelt Wie ist das schön